Schwurbler übernehmen TikTok, wach auf, Ausrufezeichen. Conny geht nicht mit Fremden mit, weil es könnten Eliten sein, die sie essen wollen. Finde ich gut, ziemlich progressiv für so ein Kinderbuch. Dass Kindern Dinge angetan werden und dass auch anscheinend Regierungsapparate mit involviert sind, ist jetzt keine große Verschwörungstheorie. Anstatt sich darüber lustig zu machen, würde ich mir eigentlich wünschen, dass jemand mit so einer großen Reichweite sich eventuell mal dafür einsetzt und vielleicht mal ein Video über das Kendler-Experiment macht, was in Deutschland passiert ist, wo Kinder zu Pädophilen gegeben wurden vom Staat. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns heute in ein wichtiges Video rein. Was heißt wichtig in Anführungszeichen? Das Video heißt Schwurbler übernehmen TikTok, wach auf, Ausrufezeichen. So, wir sind ja Schwurbler, na? Wir werden auf jeden Fall von einigen Menschen so bezeichnet und wir regen uns darüber nicht auf, weil wir sagen, wenn du heutzutage kein Schwurbler bist, dann hast du irgendwas falsch gemacht, so. Dann bist du tief am Schlafen und da gehören wir nicht dazu. Deswegen pack die Aluhüte aus, meine lieben Freunde. Wir gucken uns heute ein NPC-Video an von Rezo und ja, mal was anderes. Wir gehen da rein. Ich hab gedacht, wir reagieren da drauf. War im Discord drin, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal und ja, setzt die Aluhüte auf, Digga. Geht los. Moin, Leute. Oder soll ich besser sagen, Moin. Weil die allermeisten von euch immer noch blind durch die Welt gehen und einfach noch nicht aufgewacht sind. Und ich weiß das jetzt. Ey, man mit seiner Gestik, Digga, ne? Der hat so eine Gestik, Digga. Der macht immer das Gleiche. Bester Mann, Digga. Ich muss sagen, Digga, ich hab mir früher mal ein Video von Rezo angeguckt. Das CDU-Ding von damals. Kennt ihr das? Ich war auf TikTok unterwegs. Mal wieder. Ihr wisst, da gibt es verschiedene Akteure. Manche ein bisschen unangenehm. Zum Glück bin ich nicht auf TikTok unterwegs, ich schwör's dir, Digga. Wer von euch ist auf TikTok unterwegs? Eins in den Chat. Manche ein bisschen drüber. Ich zieh Geld an wie ein Magnet. Aber diesmal war das anders. Ich bin auf wohlinformierte, intelligente Menschen gestoßen, die mir in den vergangenen Wochen nicht nur einmal die Augen geöffnet haben. Menschen, die von großen Teilen der Gesellschaft missachtet, belächelt und diskreditiert werden. Redet ihr über uns, Digga? Und heute soll es genau um diese Menschen gehen, die heroisch und furchtlos ihre Reputation aufs Spiel setzen, nur um uns die Augen zu öffnen und für die Wahrheit einzustehen. Die erste Dame auf meiner For You-Page hat... Krass, wie man sich darüber so krass lustig machen kann, ne? Finde ich irgendwie. Ich finde das irgendwie krass so. Weil es gab doch schon immer Menschen, die ihr eigenes Leben sogar dafür geopfert haben, um den Menschen zu helfen, Digga. So eine Freiheitskämpfer, von dem wir vorhin geredet haben. Leute, die sagen, ey, es geht um mehr als einfach nur um mich selbst, um mein Ego und um mich zu befriedigen, geldtechnisch oder fame-technisch, sondern ich will mit dem, was ich habe und mit dem, was ich kann, auch anderen helfen und versuchen, andere Menschen aufzuwecken. Das ist so eigentlich nichts, über das man sich lustig macht. Über die Tupacs, über die Kennedys, über die Nelson Mandelas, über die, keine Ahnung, es gibt so viele Leute, die bereit waren, ihr Leben zu geben für Freiheit, Liebe, Zusammenhalt, Selbstverantwortung und gegen Kontrolle, gegen Machtausübung, gegen unmenschliche Sachen. Nämlich über Folgendes aufgeklärt. Drehen Sie mal das Wort Leben um. Ist klar, dass der da so irgendwelche voll die crazy Mystiker jetzt nimmt, ne? Der scheißt halt rein, Digga, ich küsse dein Herz, Bro. Das Wort Leben umdrehen. Unsere deutsche Sprache ist eine sehr wertvolle Sprache. Wenn man es umdreht? Das ist halt, das nimm die dann als Beispiel für die Leute, die das tun, was wir hier zum Beispiel tun. Wir sind vernebelt. Holy shit. Jetzt, wo sie es sagt, ich habe das for real noch nie ausprobiert, wenn man Leben schreibt und das jetzt rückwärts schreibt, ich glaube, die meisten von euch wussten das nicht. Ich wusste das auch nicht. Und ich habe das jetzt auch einfach mal mit noch mehr... Der hat einfach ein Picture von Lauterbach im Hintergrund, Bruder. Weißt du, was ich meine? Das sagt doch schon alles, oder, Freunde? Wie jetzt, Bro? Habe ich jetzt erst gesehen? Weil das ist ja wichtig, da noch ein bisschen zu recherchieren. Wenn man zum Beispiel ApoRed schreibt und man dreht das dann um, dann kommt da... Das heißt, ApoRed... Das krasse ist auch... Guck mal, ich finde das bis jetzt überhaupt nicht lustig oder irgendwie so. 76.000 Daumen nach oben, bruv. 730.000 Views, Digi. Das ist... Ja. Mein Opa? Ja, Leute. ApoZoftog nach Schab... Oh, Digga. Ich kann das gar nicht glauben, diese Ehre. Ich stamme einfach vom Main-Character ab. Ich habe mich schon gefragt, woher ich das habe, dass ich so gut mit Geld umgehen kann. Ey, aber gucken wir mal weiter, was die Frau noch zu sagen hat. Wissen Sie eigentlich, dass unsere Kirchen, unsere Rathäuser einst mal in einer Hochkultur... Batterien waren? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Batterien waren? Freie Energie. Kennen Sie das? Der ist doch auch... Der ist doch auch ein Arsch, Alter. Ich schwöre es dir. Freie, ja, dad, bro, bro. Es gibt halt so viele Leute auch im deutschsprachigen Raum, so der soll mal eine Debatte machen mit Ken, mit Kayvan Sufis-Jawash oder mit mir oder mit Leuten, die halt, oder Daniele Ganser oder was auch immer so, weißt du, mit Leuten, die halt wirklich intellektuell und auch rhetorisch halt krass unterwegs sind, die soll er mal einblenden. Da soll er sich mal versuchen, drüber lustig zu machen. Das finde ich halt so, das finde ich halt so krass, weißt du, das ist so ein typisches Tool, so. Der nimmt jetzt eine ganze Bewegung, die, ja, der nimmt jetzt eine ganze Community quasi, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen aufzuklären und nimmt dann eine Dame, die ein bisschen crazy ist und sagt dann, das sind die alle. So sind die alle. Die ganzen komischen Verschwörungsschwurbler, rechten Querdenker und so. Alle, die sind alle so. Ey, ich hab schon immer gesagt, dass der Kölner Dom wie so ein 9-Volt-Block aussieht. Das sind Agenten, meine lieben Freunde. Das sind Agenten. Das sind die Leute, die dafür sorgen, dass das System aufrecht erhalten wird, so. Weißt du? Das sind die Leute, die dafür sorgen, dass so viele Leute sich immer noch impfen lassen würden, wenn jetzt wieder eine Pandemie um die Ecke kommen würde, so. Das sind Agenten. Die wissen das teilweise nicht, aber die kämpfen mit dem System gegen die Menschen. Das ist so ein crazy Gefühl, endlich mal die Augen zu öffnen, die Dinge zu sehen, für das, was sie sind. So, ihr habt's jetzt, glaube ich, verstanden. In diesem Video werden wir uns mit Verschwörungstheorien auf TikTok befassen. Teilweise geht's sogar um... Wer guckt fast... Bro, alleine, dass er das auf TikTok macht, so, ist schon... Ja, Digga, natürlich kommt dabei nix rum. Wer nutzt TikTok, kein vernünftiger Dude, den ich kenne, der wirklich aufklärerisch unterwegs ist, so, der nutzt TikTok. So, wir können das nicht. Das tut weh, TikTok zu benutzen. Und wir wissen auch, dass TikTok genau dazu beiträgt, dass wir so eine gesteuerten NPCs werden. Die beängstigende Sachen, die für die Gesundheit gefährlich sind. Kennt ihr zufälligerweise die Studie, die in Oxford gemacht wurde mit 8000 Katzen? Ne, die kenne ich jetzt nicht. Sehr interessant. Also, 8000 Katzen haben alle ausschließlich Futter und Wasser aus der Mikrowelle bekommen. Okay, aber was daran jetzt stimmt. Nach zwei bis drei Wochen haben sie schon ihre Wesenszüge verändert und... Dass Mikrowellen nicht gesund sind, ist doch eigentlich Common Sense, oder? Weiß doch jeder. Einige wurden homosexuell. Was? No homo. Ich glaube, das stimmt sogar. Ja, nee, da... No homo, digga. Ja, aber, äh... Das ist nämlich homo. Shit. No homo. Homosexualität ist nicht normal und du kannst davon frei werden. Puh, Alter, das ist auf jeden Fall harter Tobak. Gucken wir mal weiter. Und bereits nach drei bis vier Wochen waren alle Katzen tot. Ah, ich dachte... Was, Bruder? Son, die wären irgendwie... ...homo geworden, aber ey... Ist ja alles gut. Ich sehe hier in den Kommentaren übrigens, dass sie nach einer Quelle gefragt wurde. Quelle? Fragezeichen. Das sind genau die, 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 die Rezo-NPCs, Digga. Hier. Das sind genau diese Jungs. Ey, wo ist deine Quelle, Bro? Das ist deren Totschlag-Argument. Für diese... Hier, Wikipedia. Ah, okay. Hast recht. Studie. Sie hat darauf auch geantwortet, hat jetzt keine Quelle geschickt, aber ich kann es verstehen. Ich finde es total peinlich, dass sie überhaupt nach einer Quelle gefragt wurde. Immer Quelle hier, Quelle da. Warum will man immer Belege haben für irgendwas? TikTok, Digga. Glaubt doch den Leuten. Kein Wunder, dass es hier den Bach untergeht. Armes Deutschland. Ey, aber ganz kurz, bevor wir jetzt das nächste TikTok gucken, möchte ich euch ganz kurz von was erzählen. Ich habe nämlich mies recherchiert. Und ich erzähle euch jetzt... Äh, was? Ich was? Ich wette, mit dir so ein Rezo zieht sich auch Keanu schreien und Lovelock manchmal. So, zu Hause auf Privat. Gibt er sich die Sachen so. Und denkt sich selber auch so, oh fuck. Schon irgendwie krass, so geil und so. Das ist für ihn wahrscheinlich selber auch entertainment, sag ich mal so. Sonst würde er ja nicht mies recherchiert sagen. Der hat safe schon mal eine Keanu-Folge reingezogen, bro. Eine Sache, die ist so krass, die wird euch so wegflaschen. Ihr werdet denken, oh wie krass das ist. Wir machen jetzt einen Test und daran kann ich erkennen, wer von euch aus der Matrix ausgebrochen ist und wer noch nicht. Sucht die Quelle selber. Ja, vor allen Dingen, da ist so ein Typ so, der sagt Quelle, Quelle, Quelle und dann macht der ein Video und blendet irgendwelche Statistiken ein, so. Also glaub keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, so. Kannst jetzt auch wieder sagen, es ist Schwurbel-Talk, aber es sind einfach Facts. Deine Quellen könnten auch total für den Arsch sein. Du findest für alles eine Quelle. Du findest eine Quelle, die sagt, Vegan sein ist besser als Fleisch konsumieren. Dann findest du aber auch eine Quelle, die sagt, Fleischkonsum ist besser als Vegan sein. Du findest für alles, was du möchtest, findest du Quellen und Statistiken. Es gibt für alles eine Quelle und eine Statistik, die deine These unterstützt. Das seht ihr hier. Da ist euch ein bisschen Zeit. Was denkst du, warum die so eine Reichweite bekommen, indem sie nicht die Wahrheit sagen? Ja, die unterstützen das System. Das, was die machen, ist gewollt. Deswegen bekommen die auch so eine Reichweite. Das, was Leute wie ich machen, ist halt nicht gewollt. Und deswegen werden wir hart eingeschränkt auf vielen Plattformen, weil es einfach Menschen zum Nachdenken anregt. Der ganze dumme Scheiß, der Leute da behält, wo sie gerade sind und ja, nicht aus der Box rausdenken und reden und machen und tun. Der Shit wird unterstützt. Sobald du Menschen dazu anregst, bewusster zu sein oder sich ein eigenes Bild zu machen oder eine eigene Meinung zu entwickeln und ein selbstbestimmtes Leben zu leben, dann bist du gefährlich. Was seht ihr hier? Lasst euch ein bisschen Zeit. Guckt genau hin. Bisschen scannen, was ihr da sehen könnt. Wenn du jetzt sagst, ey Rizzo, das ist eine Taube, dann musst du hier leider sagen, zu goofy. Falsch. Du bist Schäfchen. Wenn man nämlich nur ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man offensichtlich, das ist eine Spionendrohne. Die hat eine Kamera, ein Mikrofon, die Batterie ist hier an der Stelle. Die kann die Batterie sogar aufladen über die Füße hier. Deswegen sind Tauben manchmal auf so Stromleitungen. Und ich weiß... Wow, das ist voll witzig, Digga. Ich lach mir den Arsch ab, Bro. Ich lach mich tot, Digi. Heftig. Manche von euch sagen so, ey Rizzo, ganz kurz, warte mal, komm mal kurz runter. Diese Taube wird doch mit Sicherheit von der Regierung eingesetzt, um uns alle zu überwachen. Und ich sag, ja, genau das. Ihr habt recht. Danke, dass ihr es gesagt habt. Ich mein, woher weiß sonst Google Maps, wo ich bin? Die wissen immer, wo ich bin. Aber zu diesem Taubenthema... Bro, jeder Typ, der über 13 ist, der lacht doch nicht über sowas, oder? Sei ehrlich jetzt. Das hat mir ein bisschen Hoffnung gegeben. Habe ich folgendes TikTok noch gesehen. Wenn ich höre, wie jemand darüber redet, dass Tauben Drohnen vom Staat sind, die die Menschen überwachen. Oh, 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 this is my son. Wahnsinn. Sie freut sich. Das heißt, wenn sie jemanden trifft, der daran glaubt, dass Tauben Drohnen sind, dann scheint sie das gut zu finden. Und dann habe ich darüber nachgedacht, weil vielleicht könnte sich dieses ganze Thema, also dass ich jetzt erwacht bin, vielleicht könnte sich das auf meinen... Bro, du, 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 du... Digga, ich... Es gibt halt wirklich, es gibt halt wirklich, was es zum Beispiel gibt, ist Cyborg-Insekten. So. Es gibt fucking Bienen, die technisch hergestellt wurden. So. Und die haben diesen Test gemacht, weil die Bienen weniger werden. Und wenn Bienen aussterben, dann haben wir ein Problem mit der Natur. Weißt du? Und deswegen haben die diese Sachen gemacht, als ob die das nicht machen könnten. Weißt du, was ich meine? Das ist so... Hä? Natürlich ist nicht jede Taube eine fucking Drohne, aber wenn die wollen, können die Bienen in fucking Cyborg-Insekten machen, Bienen so aussehen lassen wie Bienen, aber das sind einfach irgendwelche technischen Geräte im Endeffekt, so. King-Leben auswirken. Vielleicht habe ich jetzt mehr Chancen auf dem Dating-Markt. Also wenn ich was über die flache Erde in meine Tinder-Bio schreibe, bekomme ich mehr Matches. Wenn ich ein... Bro, ich würde erstmal meine Haare wieder in den Normalzustand zurückbringen. So. Erstmal die Haare wieder entblauen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Das ein oder andere Mal die Woche ins Gym gehen. Und ja. Dann bist du schon besser aufgehoben mit Matches auf jeden Fall. Wenn du mich so fragst an der Stelle. Weißt du? Wenn ich jetzt glaube, dann habe ich mehr Game. Und wenn ich über Reptilienmenschen rede, dann bekomme ich endlich mehr Pus. Naja. Ich wünsche mir eine Welt, in der es so wäre. Sehr schön. Stell dich bitte kurz vor. Hallo. Ich glaube nicht, dass Vögel Drohnen sind. Ich glaube, das sind halt Tiere. Bisschen an der Masculine Energy arbeiten, Digga. Da bin ich auf jeden Fall da. Also wenn du da wirklich Hilfe brauchst, ich helfe dir dabei gerne. Wisst ihr, wenn man einmal auf TikTok in diese Bubble kommt, dann taucht man zwangsläufig ein. Können wir auch so geben- und nebentechnisch machen. Weißt du, wie ich meine? Du kannst mir bestimmt bei der einen oder anderen Sache auch helfen. Bin ich überzeugt von. Wir können uns alle gegenseitig helfen. Rabbit Hole. Auch einfach von der Frage getrieben, was gibt es sonst noch da draußen? Was ich noch nicht weiß. Und was die Frauen heiß macht auf mich. Wo hat man mir... Der will unbedingt Frauen haben, wa? Ich kann mir auch vorstellen, dass Rezo jemand ist, der noch vielleicht regelmäßig Pornos guckt. Kann das sein? Das wäre auch eine Sache, die ich aus deinem Leben rausstreichen würde. Und ich glaube, dann wird es schon besser. Also ins Gym gehen, Haare umfärben lassen, keine Pornos mehr gucken. Da sage ich dir ehrlich, Rezo, da kannst du deine ganze Welt mit verändern. Trust me. Ich habe jetzt in meinem Leben noch so viele Lügen erzählt. Was wird sonst noch verheimlicht? Und vor allen Dingen, wer verheimlicht das? Die Wirtschaft da oben. Die Zot da oben, Party Meiden. Die da oben. Ja man, aber... Digga, mich würdest du nicht wundern, wenn ich oder Kianusch oder irgendjemand von uns noch hier eingeblendet wird, Digga, oder? Sehr ehrlich, Digga. Eins in den Chat, wenn ihr denkt, dass wir vielleicht auch noch eingeblendet werden. Wer sind die eigentlich? Unizep holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Was machen die dann damit? Äh, essen. Digga, was der einblendet? Ich küsse deine Heads, bro. Du übertreibst auch ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, das Kranke dabei ist ja, dass Kinder wirklich verschwinden. Und das Kranke auch, also was auch sehr krank ist, ist, dass auch mittlerweile immer mehr rauskommt, dass auch irgendwelche Leute, die in heftigen Machtpositionen sind, da auch mit involviert sind. Weißt du, Thema Epstein's Island zum Beispiel ist am Start. Kentler-Experiment damals in Deutschland. Also es gibt schon mehrere Hinweise, die darauf deuten, dass Leute, die sehr viel Macht haben und sehr viel Geld haben, in ekelhaften Machenschaften, was Kinder angeht, involviert sind. Weißt du? So. Vielleicht ist es ein bisschen crazy, wenn man jetzt so jemanden wie ihn sieht, der dann einfach sagt, ja, die essen die und so. Kommt ein bisschen komisch rüber, Digga, weißt du? Aber, dass Kindern Dinge angetan werden und dass auch anscheinend Regierungsapparate mit involviert sind, ist jetzt keine große Verschwörungstheorie. Und anstatt sich darüber lustig zu machen, würde ich mir eigentlich wünschen, dass jemand mit so einer großen Reichweite sich eventuell mal dafür einsetzt und vielleicht mal ein Video über das Kentler-Experiment macht, was in Deutschland passiert ist, wo Kinder zu Pädophilen gegeben wurden vom Staat. Und dass die Grünen damals im Wahlprogramm drinstehen hatten, dass sie Sex mit Kindern erlauben wollen. Das wäre mal ein Video, wo du wirklich auch was mit bewegst. Weißt du, wie ich meine? Anstatt dich über andere Leute lustig zu machen, weil die ein bisschen crazy Meinung haben, so. Dass du vielleicht deine Reichweite mal benutzt für was Gutes, für was Menschliches, für irgendwas, was uns als Gesellschaft weiterbringt, so. Gefressen. Also warum wisst ihr davon nichts? Ja, warum wissen wir eigentlich nichts davon? Weil wir offensichtlich nicht richtig aufgeklärt wurden. Also mir. Weil fucking 734.000 Leute und 76.000 Leute da ein Like gegeben haben, sich so einen Scheiß reinziehen, was du hier fabrizierst. Was nichts zur Gesellschaft beiträgt. Im Endeffekt eigentlich die Gesellschaft noch mehr spaltet. Und dann das noch mehr möglich macht, dass solche kriminellen Sachen im Hintergrund passieren können. Ist nicht in der Schule beigebracht. Auch nicht in der Uni. Und ich finde die Aufklärung über sowas wichtig ist, die sollte doch nicht erst in der Uni starten oder im Abi oder so. Ich finde, das sollte schon viel, viel früher anfangen. Aber zum Glück verändert sich da auch, glaube ich, einiges. Ich habe neulich zum Beispiel in der Buchhandlung dieses Buch hier gesehen. Conny geht nicht mit Fremden mit. Weil es könnten Eliten sein, die sie essen wollen. Finde ich gut. Ziemlich progressiv für so ein Kinderbuch. Oder ich... Decker, es ist... Sehr klasse. Ist das so ein Ernst, Decker? Ja. Jakob überlebt die Hunger Games der Eliten. Ey, ich finde es so schön, wenn man merkt, dass so Kinderbücher mit der Zeit gehen. Und nicht mehr so... Wie kann man sowas als lustig? Wie kann man... Weltbilder vermitteln, ne? Aber LGBTQ in Bücher ist okay, wa? Ja, ist so. Und so können wir als Gesellschaft früh schon aufklären. Das Bewusstsein schaffen. Für die Kinder essenden Eliten. Wisst ihr, wer da nämlich... Ist krass, Decker, dass man sich über sowas so lange lustig machen kann, Decker. Und die Leute das abfeiern in Deutschland, weißt du? In meiner Welt würde eigentlich jemand dafür einen Shitstorm bekommen. Wenn die Menschen menschlich wären und aufgeweckt wären und sich nicht die ganze Zeit nur unterhalten lassen wollen würden und ablenken von dem Scheiß, der wirklich in der Welt abgeht, so, dann würde sowas eigentlich gecancelt werden. Dann würde sowas eigentlich einen Shitstorm generieren, weil die Menschen sagen würden, ey, Digga, ist das dein Ernst? Anstatt so einen Scheiß zu machen, nutz doch mal deine Reichweite dafür, wirklich was für Kinder zu tun, so. Die keine Lobby haben und die jeden Tag verschwinden in der ganzen Welt. drin hängt. Fucking Bill Gates. Der hat nicht nur hier Microsoft Excel Outlook auf dem Schirm. Kinderessen hat der auch auf der Agenda. Ja, habe ich gelesen. Der ist so tief drin, was er das für Sachen macht. Ich bin schockiert. Wenn ihr viel Geld kuschelt, dann geht ihr mit ihm auf euren Feuer. Alter, wir haben es schön. Eure Kinder, wir sind schockiert. Alles los, hören wir gemeinsam da. Facts. Bill, der Dickel 13 beherdigt wird. And he's sorry, this fuck. Krass mal, so ein NPC-Ding sich reinzuziehen, sage ich dir ehrlich, Freunde, Alter. Ich habe das ja nicht auf dem Schirm. Ich gucke mir ja sowas nicht an, weißt du? Diese Mainstream-Youtuber in Deutschland und sowas, die gerade fabrizieren, dies, das. Aber es ist schon echt wild, Alter. Das ist schon echt krass. Ich habe mich schon lange sowas nicht mehr angeguckt. Aber das ist so, das ist Mainstream, Bro. Das ist das, was die Kids in Deutschland gerade alle abfeiern und sich jeden Tag reinziehen auf den Pausenhof. Und sagen, guck mal, wie lustig, Digga. Guck mal, der macht sich lustig über Kinderbücher. Ja, geil, Digga. So. Krasse Scheiße, Digga, ich schwöre dir. Ey, aber genug jetzt von kinderessenden Eliten. Es gibt auch Themen, bei denen man nur vor die Tür gehen muss, um zu verstehen, dass wir angelogen werden. Hier zum Beispiel. Wacht auf. So, ich muss jetzt einfach... Wacht auf. Kann mir das bitte einer klären? Heute ist Freitag, der 16. September. Und es ist Tags und ich kann hier den Mond sehen. Ich sehe den jeden Tag, Digga. Aber ich weiß auch noch nicht genau, was ist da jetzt die Theorie dahinter. Am Tag. Bei allem, was ich jetzt schon gehört und gelesen habe. Wieso sehe ich jetzt den Mond, obwohl es Tag ist? Krass. Ja, es ist ganz normal Tag und ich kann hier den Mond sehen. Krass. Flat Earth, Leute. Okay, jetzt nimmt er die Flacherdler auch noch mit rein, Digga. Ich küsse doch. Ich weiß nicht was. Okay, das sind schon Querdenker-Memes. Ah jo, Digga, der nimmt halt die Hardcore- miesen, verschwörungs-mystischen, rechten Alu-Cousins da rein, weißt du? Die Weise man noch braucht. Das ist halt weird. Deus. Also, mein Guess, das ist safe CGI. Aber sowas häuft sich ja auch. Ich habe zum Beispiel noch so einen Clip gesehen von so einer Anomalie. Was meint der, Digga? Der sagt, das ist CGI? Safe CGI. Aber sowas häuft sich von so einer Anomalie. Gucken wir mal rein. So, Leute, ich muss hier... Entschuldigung. So, Leute, ich muss hier einfach mal auch ein Video machen. Kann mir das einer erklären? Ähm, hier ist heute der 27. Januar, mitten am Tag. Und die Sonne scheint nicht. Ihr seht es. Alles hell draußen. Aber seht ihr irgendwo die Sonne? Ich sehe sie nicht. Also, es ist hell draußen. Aber die Sonne ist nicht da. Die ist nirgendwo zu sehen. Also, ich weiß echt nicht... Also, ich weiß echt nicht, wie viele Beweise man noch braucht. Flat Earth, Leute. Hey, Leute, es ist langsam nur noch beängstigend. Wie soll man sich das erklären? Die sind ja offenbar da. Wir müssen nur die Augen öffnen. Come on, Leute, ich sehe doch in diesem Video, dass da keine Sonne ist. Ihr habt es doch auch gesehen. Kann das wirklich sein, dass die Erde... Scheibe ist? Ich komme mir jetzt so dumm vor, weil ich das all die Jahre nicht geglaubt habe. Ist die Erde wirklich rund? Seien wir uns doch mal ehrlich. Warst du schon mal im Weltall, dass du es weißt? Es liegt... Nein, war ich nicht. Ich war es nicht. Nicht auf der Hand. Die Erde ist flach. Sie ist einfach wie eine Kartoffel plattgedrückt worden. Wie eine Kartoffel plattgedrückt. Bruder, der blendet halt noch Sachen an, das ist halt wirklich dann zu weit. Weißt du, wie ich meine? So. Aber trotzdem war er nicht da gewesen. Erzähl mir, was du willst, Bruder. Du kannst dich auch so lustig machen, wie du willst. Du hast die Erdkrümmung mit deinen eigenen Augen nie gesehen. Hast du nicht? Und ich bin kein Flat Earth Guy. Ich glaube nicht, dass die Erde flach ist. Aber trotzdem mag ich es nicht, wenn die sich so hinstellen, als ob die wissen, was los ist. Weißt du? Und dann andere als dumm hinstellen, weil die sagen, nee, ich sehe das anders. Die haben auch Argumente teilweise. Deswegen, bruv. Bö. Plattgedrückt worden. Von diesem Oben-herab-Ding, da bin ich überhaupt nicht kein Fan von. Weißt du, wie ich meine? Von diesem Ich-bin-der-Krasseste. Ich-weiß-alles, weil ich die ganzen Geschichtsbücher gelernt habe. Und in Biologie und in Geometrie und in fucking, in diesen ganzen Fächern aufgepasst habe. Deswegen bin ich ein schlauerer Mensch als du. Und deswegen kann ich dir sagen, wie alles läuft so. Bruder, ist dir, so. Das sind auch so eine Leute, die dann mir erzählen wollen, ey, ja, Mann, Digga, die Impfung ist safe und so. Wer sich nicht impfen lässt, ist ein schlechter Mensch, die ist das. Weil Karl Lauterbach hat gesagt. Und Bill Gates hat im deutschen Fernsehen gesagt. Und das sind die Quellen, Bruder, die habe ich dir angegeben unten. Deswegen ist das Fakt. Also, bitte. Und dann Jahre später kommt raus, dass die Impfung für sehr viele Nebenwirkungen gesorgt, äh, für sehr viele Nachwirkungen gesorgt hat. Und ganz viel Scheiße da gerade immer noch passiert, was wir uns gleich als nächstes Video reinziehen werden, so. Komm mir nicht so. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass Kinder früh sexualisiert werden sollen. Das könnte in ein paar Jahren der Stand der Wissenschaft sein. Heißt es dann, dass es richtig ist? Nein. Und bis heute ist es ein offenes Geheimnis. Aber warte kurz. Ich will ja generell skeptisch sein. Deswegen frage ich mich schon, woher weißt du Goofy das denn? Warum ich das weiß? Ganz einfach, weil es so ist und weil es keine Gegenbeweise gibt. Ja, das ist genau so ein Idiot. Weißt du, wie? Sorry. Aber es ist genau so einer, der sagt, ey, ich weiß die Wahrheit und ihr seid alle dumm. So, da bin ich kein Fan von. Der hat mich überzeugt. Ihr habt es gemerkt. Ich war auch da skeptisch. Aber wenn es keine Gegenbeweise gibt, dann ist es so. Julia Beauty. Ich finde es immer gut, wenn Leute eine eigene Meinung haben. Weißt du, ich meine, wenn die sich hinsetzen und sagen, meine Meinung ist so und so und so, Digga. Und ich akzeptiere es aber, dass deine Meinung so und so und so ist. Und wir können uns gerne auch darüber unterhalten und ein bisschen diskutieren. Und dann lernen wir vielleicht was voneinander, Digga. Weißt du, das passt doch schon. Muss doch sich keiner hinstellen und sagen, du bist dumm, weil du nicht mir glaubst, was meine Wahrheit ist so. Geht nachts immer in den Park und schmeißt mit Gönnergy-Dosen auf. Deus ist auch so einer. Ja, Deus ist auch manchmal so einer. Nicht immer, aber manchmal. Yasuke auch manchmal. Wir tendieren alle manchmal dazu. Ich war früher auch so einer, aber bin mittlerweile einer geworden, der versucht, das nicht mehr zu tun. Weißt du, wie ich meine? So. Ich versuche das nicht mehr zu tun und ich versuche nicht zu sagen, dass jeder meine Weltsicht haben muss und dass jeder alles glauben muss, was ich für richtig halte. Und versuche zu akzeptieren, dass jeder Mensch in seiner eigenen Welt lebt und teilweise seine eigenen Theorien über Dinge hat und seine eigenen Ansichten hat und seine eigene Meinung auch hat. Weißt du, ist auch nicht schlimm. Es tut auch nicht weh. Was ist der Unterschied zwischen der Verschwörungstheorie und der Wahrheit? Ja, was ist der Unterschied? Ungefähr sechs Monate. Exakt. Wenn wir nämlich geimpft werden, dann kriegen wir Mikrochips in uns Blut. Wo wir dann mit... Nein, aber deine Gene werde verändert. Ja, Maniak. Oh, Quantencomputer mitgesteuert werden können. Unicef. Entführ Kinder. Und Mikrochips gibt es auch. Ich sage jetzt nicht, dass die in der Spritze drin waren. So, wer weiß. Keine Ahnung. Aber dass die Impfung dir nicht wirklich gut getan hat, Digga, davon bin ich überzeugt. Mit Bill Gates. Um die... Ich meine, erzähl mal, hat sich dein Gesundheitszustand verändert? Ich denke mal, du hast den achten Booster auch drin, oder? Warum, warum wisst ihr davon nichts? Letztlich kann man wirklich sagen... Jede Verschwörungstheorie ist wahr geworden. Der Hopf, der gut hier, der gutste. Jede. Die meisten auf jeden Fall. ...werden mit Mikrowellenfutter homo gemacht. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Ich hoffe, dieses Video konnte euch ein bisschen die Augen öffnen. Konnte euch zeigen, dass dieses Geschwurbel eigentlich die große Wahrheit ist. Ja, ist ja auch egal, content-technisch. Hauptsache, wir haben uns totgelacht, oder? Nicht blind durchs Leben. Seht! Dinge! Wenn er... Ha, 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 ha. Heute gilt... Ja, heutzutage im Jahr 2003. Da ist er doch, Digga. Ich hab schon... Einen von unseren... Von... So. Einer von uns ist dabei, Digga. Bela, Digga. OG is in the building, Bruder. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft. Ich kann Verschwörungstheoretiker mehr. Es damit gibt Verrat an seiner... Der Bruder hat auf jeden Fall mehr Latten am Zorn als du, mein Jutster. So. So nämlich. Also, werft eure Bildung weg. Informiert euch im Internet. Und überprüft keine Quellen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Digga, das ist ein Zeichen. Ich muss wieder Talk mit Belaş machen. Wir sehen uns in der Hohlerde. Mies schwurbeln, Bro. Bis dann. Boah, Digga. Das war Entertainment pur, mein Lieb, Freunde. Ich hab schon lange nicht mehr so gelacht, Alter. Ich schwör's dir. Geile Geschichte, Alter. Schreibt mal eure Meinungen, eure Gedanken. Und wie ihr euch totgelacht habt, bitte unten in die Kommentare rein. Liebe geht raus auf jeden Fall. Rezo, falls du irgendwas brauchst. Ich hab so ein bisschen am Anfang vom Video das Gefühl gehabt, dass du ein bisschen strugglst mit dem anderen Geschlecht. Und ich bin da jemand, der hat da schon die ein oder andere Erfahrung auf jeden Fall gesammelt und bin immer gerne auch bereit zu helfen. Das heißt, wenn du irgendwas brauchst, sagst du bitte Bescheid. Dann kriegen wir da auch was hin. Ich liebe euch, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Gang. Lange nicht mehr so gelacht. Guck mal, wie ich schwitze, Bruder. Fuck. Oh, darauf muss ich jetzt erstmal klarkommen, Bro.